Ja, willkommen bei VideoWissen. Mein Name ist Ralf-Dieter Scholz. Ich arbeite am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, bin aber mehr ein klassischer Astronom als ein Astrophysiker. Ja, seit meiner frühen Kindheit habe ich vor allen Dingen mich inspiriert gefühlt durch meine Lehrer. Ich war viel bei Mathe-Olympiaden unterwegs und war auch an der erweiterten Oberschule, das heißt heute Gymnasium, in einer Arbeitsgemeinschaft für Astrophotografie. Das hat uns eigentlich sehr gefallen. Da sind wir abends als Schüler noch mal zur Schule gegangen im Dunkeln und haben ein kleines Teleskop aufgebaut auf einem kleinen Betonpodest und dort den Mond beobachtet im Wesentlichen. Natürlich mit einer noch nicht digitalen Kamera damals, sondern ganz analog. Und die Fotos wurden dann auch von uns selbst im Fotolabor entwickelt. Und das fand ich schon mal ganz toll, wie man die Krater auf dem Mond so richtig riesig groß darstellen konnte dann. Inspiriert hat mich natürlich vor allen Dingen im späteren Leben vor allen Dingen auch die Suche nach Unbekanntem, würde ich mal so beschreiben. Ich habe festgestellt, dass es da eben noch Sachen zu entdecken gibt, die mir vorher gar nicht klar waren, dass die noch unbekannt sind. Das ist eine Sache und was motivierend wirkt natürlich, ist, dass wenn man eigene Beiträge veröffentlicht hat, eigene kleine Entdeckungen, dass die dann Wiederhall finden, dass die wirklich von anderen weiter bearbeitet werden. Die machen dann viel detailliertere Folgeuntersuchungen zu den Objekten, die man zum Beispiel entdeckt hat. Und das fand ich immer sehr motivierend, um weiterhin zu suchen. Ja, ich bin in Teltow, Kleinmachno und Halle zur Schule gegangen. In Teltow war das die Polytechnische Oberschule. Dort hat mich vor allen Dingen auch mein Klassenlehrer, Mathelehrer, Herr Korlos, sehr inspiriert, weiter in die Richtung Mathematik zu gehen. Das habe ich dann auch an der erweiterten Spezialoberschule in Kleinmachno tun können. Das war also eine erweiterte Oberschule mit Ausrichtungen im naturwissenschaftlichen Bereich, Mathe, Physik. Ich habe dann mich entschieden für ein Auslandsstudium. Zu DDR-Zeit war das natürlich nur im sozialistischen Ausland möglich. Und das hieß vor allen Dingen in der Sowjetunion. Wir haben dann das letzte Jahr, also meine Klassenkameradin ist allerdings nach Ungarn gekommen, aber ich bin natürlich dann in der Sowjetunion gelandet. Und dieses letzte Abiturjahr zur Vorbereitung hatten wir dann auch schon in Russisch-Matteunterricht und verstärkten Russischunterricht natürlich in Halle. Dann hatte ich eigentlich als ursprüngliches Studienfach ein Gebiet der theoretischen Physik, theoretische Mechanik. Allerdings kam dann in Halle während dieses Abiturjahres die Anfrage offenbar vom damaligen Zentralinstitut für Astrophysik Potsdam, dem CIAP. Die wollten eine Astrometriegruppe aufbauen und erweitern. Und deshalb suchten die zwei, die genau das studieren sollten, Astrometrie. Ich wurde dann angesprochen, weil in meinem Lebenslauf dieser Arbeitsgemeinschaft Astrophotografie auch stand. Und das war also sozusagen ein Zufall. Deshalb bin ich dann doch nicht in der theoretischen Physik gelandet, sondern in der Astrometrie. Ich wusste damals auch zuerst nicht, was ist Astrometrie. Geometrie am Himmel hört sich so ähnlich an. Und es ist auch richtig, also das ist eben mehr die klassische Astronomie. Positionsmessungen, Bewegungen der Sterne, die sogenannten Eigenbewegungen der Sterne, die Parallaxenmessung, ganz, ganz wichtig für die Entfernungsbestimmung zu den Sternen. Das ist das Gebiet der Astrometrie. Und die Eigenbewegungen haben mich dann auch mein ganzes Leben als Wissenschaftler weiterhin beschäftigt. Ich habe eigentlich immer Eigenbewegungen in allen meinen Publikationen, steht das schon in der Zusammenfassung, das Wort Eigenbewegung drin, so gut wie allen Publikationen. Ich habe dann studiert in Kharkov, das ist heute Ukraine, damals Sowjetunion, und die Diplomarbeit geschrieben zum Thema Astrometrie. Das war auch so vorgeschrieben, also ich konnte das nicht noch extra wählen. Ich konnte kein astrophysikalisches Thema wählen, weil wir, wie gesagt, wie delegiert waren zum Studium. Ich hatte noch einen Kollegen, wir waren also zu zweit. Und diese Diplomarbeit haben wir deshalb zum Gebiet der Astrometrie, die Messung von Eigenbewegung von Sternen in Kiew am Hauptobservatorium der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, gemacht. Dann haben wir also mehrere Wochen dort zugebracht, an einem Teleskop beobachtet, übrigens, das hier in Babelsberg mal stand. Das wurde nach dem Krieg als Reparationsleistung in die Sowjetunion verbracht. Und an diesem Teleskop durfte ich dann meine Diplomarbeit auch unter anderem herstellen. Nach dem Studium 1982 habe ich dann begonnen zu arbeiten, hier am damals Zentralinstitut für Astrophysik, erst auf dem Telegrafenberg in Potsdam und dann kurze Zeit später in der Sternwatte in Babelsberg, angesiedelt. Ich habe, zu DDR-Zeit war das üblich, nicht gleich angefangen, musste das auch nicht an meiner Dissertation zu arbeiten, was heute natürlich üblich ist, nach dem Studium sofort drei Jahre Frist hat man oder höchstens etwas mehr, vielleicht vier, um seine Dissertation fertigzustellen. Das war damals nicht so. Der Zeitdruck bestand nicht. Ich konnte also erstmal in Ruhe mich einarbeiten, und habe auch einige Veröffentlichungen schon zustande gebracht, gleich am Anfang. Die erste noch auf Deutsch und dann ging das weiter alles nur auf Englisch, wie üblich. Und habe aber erst dann wirklich in den Mitte der 80er Jahre angefangen, an meiner Dissertation zu arbeiten. Die hat sich mit Eigenbewegung von Sternen natürlich wiederum beschäftigt. Und zwar haben wir das für Hipparchos-Sterne getan. Hipparchos war ein eigentlich westeuropäisches Projekt, an dem wir zu DDR-Zeit keinen direkten Zugang hatten. Aber wir haben für dieses Projekt sozusagen Nachfolgebeobachtungen gemacht, um die Eigenbewegung des Hipparchos-Systems, des Katalogs von Hipparchos, das war also ein europäischer Satellit, der diese 100.000 Sterne etwa gemessen hat, um diese Eigenbewegung zu eichen und an Galaxien anzuschließen, an ferne Galaxien. Das heißt, an ein System, was nicht mehr rotiert. Also dieses Koordinatensystem war dann ein sogenanntes Inertialsystem. Ja, ich habe dann erst 1990 meine Dissertation abgeschlossen, also kurz vor der politischen Wende, zum Thema Eigenbewegungsmessung in vielen Feldern mit automatischen Messmaschinen schon teilweise. Teilweise auch noch mit manuellen und visuellen Messungen, haben wir dort Fotoplatten noch damals gemessen. Das war damals noch üblich. Zu den größten Erfolgen zähle ich für mich eigentlich die Mitwirkung an der Entdeckung der braunen Zwerge. Die braunen Zwerge wurden lange vor über 50 Jahren schon postuliert, dass es sie geben sollte. Und dann haben wir Mitte der 90er Jahre, gab es die ersten Entdeckungen. Und ich bin auch etwa um die Jahrtausendwende auf das Problem gestoßen. Ich merkte, es gibt noch etwas zu entdecken, nämlich rote Zwergsterne alleine schon waren gar nicht alle bekannt in der unmittelbaren Sonnenumgebung und das hat mich gereizt. Also warum schweifen wir in die Ferne, wenn es in allernächster Nähe noch etwas zu entdecken gibt? Und die braunen Zwerge waren natürlich dann ganz folgerichtig auch dabei. Die sind noch schwieriger aufzuspüren als rote Zwergsterne, weil sie fast nicht mehr im optischen Licht leuchten, nur noch im Infrarotlicht. Und wir haben damals verschiedene Aufnahmen, die zugänglich waren, weltweit zugänglich, weltweit auch aufgenommen wurden im ganzen Himmel, im Infrarotlicht und im optischen Licht kombiniert und Bewegungen herausgefunden. Bewegungen war das eine, ein naher Stern bewegt sich besonders schnell am Himmel und seine Farbe, nämlich eine viel stärkere Helligkeit im Infrarotlicht, war das zweite Kriterium. Damit konnte man rote Zwergsterne und aber vor allen Dingen auch braune Zwergsterne aufspüren. Und wir haben dort unsere größte Entdeckung gemacht, indem wir einen Stern am Südhimmel, wir sind da nicht zum Südhimmel gepilgert, sondern wir konnten das mit Aufnahmen, die im Internet zur Verfügung standen, digitalisierte Fotoplatten waren das schon, dann bewerkstelligen. Wir haben also diese Suche gezielt nach sich bewegenden und sehr roten Objekten gemacht und stießen dann auf Epsilon in die B, das ist also ein Begleiter eines relativ hellen Sterns, der auch schon mit bloßem Auge zu sehen ist am Südhimmel, im Sternbild Indianer. Das war unsere größte Entdeckung, weil auch, es stellte sich später noch heraus, es sind sogar nicht nur ein brauner Zwerg, sondern es sind ein Paar, zwei braune Zwerge. Das war zehn Jahre lang der Rekordhalter, das waren die nächsten braunen Zwerge zur Sonne und diesen Rekord haben wir, wie gesagt, so lange halten können. Danach kamen dann noch schwächere braune Zwerge, die von weiteren Kollegen in Amerika entdeckt wurden. Aber wir sind immer noch mit dieser Entdeckung sehr gut vertreten in der Literatur. Das ist also ein bahnbrechendes Ereignis für mich zumindest gewesen. Die größte Herausforderung bestand für mich vor allen Dingen nach der politischen Wende darin, wir hatten ja zur DDR-Zeit alle feste Stellen, dann wurden die Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR aufgelöst und es gab dann Neugründungen, hier an der gleichen Stelle, in Babelsberg in dem Fall. Und da kam unsere Astrometriegruppe nicht unter. Wir sind also dort nicht berücksichtigt worden in diesem wiederum astrophysikalischen Institut Potsdam. Wir mussten uns deshalb über sogenannte Drittmittelprojekte durchschlagen. Also das heißt, wir hatten immer nur Jahres- oder Zweijahresverträge, maximal drei. Und das ging so insgesamt zehn Jahre lang. Also diese zehn Jahre von 1992 bis 2002, die waren eben deshalb schwierig und herausfordernd, weil man eben keine feste Stelle hatte. Aber ich habe es neben der Projektarbeit, wir haben dann zum Beispiel auch an einem Projekt gearbeitet für einen Astrometrie-Satelliten, der ein Nachfolger von Hipparchus werden sollte. Ein kleiner Satellit, ein deutscher Kleinsatellit, der hieß DIVA. Und neben der Projektarbeit an DIVA habe ich mich damals auch schon begonnen zu beschäftigen mit dieser Suche nach nahen Sternen und den braunen Zwergen. Und das hat mir dann auch sehr geholfen. Es hat teilweise auch viel Freizeit gekostet, aber die habe ich gerne investiert. Es war auch der Reiz da. Und es war also gleichzeitig eine Herausforderung und auch ein Anreiz, ja, Initiative zu ergreifen. Meine aktuellen Projekte beziehen sich jetzt wiederum auf Satellitendaten. Ich habe ja schon von Hipparchus gesprochen, von DIVA, dem kleinen Satellitenprojekt, das dann leider nicht stattgefunden hat. Aber es gibt jetzt ein sehr viel größeres Projekt, was im Laufen ist. Das ist der Satellit Gaia. Mit dem werden jetzt wirklich unvorstellbar große Zahlen von Sternen am Himmel astrometrisch vermessen. Das heißt, ihre Eigenbewegung und auch ihre Parallaxen werden bestimmt. Das handelt sich jetzt nicht mehr um 100.000 Sterne wie bei Hipparchus, sondern um zwei Milliarden Sterne. Das heißt, wirklich ein großer Teil der Sterne in der Milchstraße. Ja, und unter diesen vielen Sternen gibt es ganz wenige exotische sogenannte Hypergeschwindigkeitssterne. Und mit denen beschäftige ich mich gerade, weil auch die Messungen von Gaia natürlich besonders gut geeignet sind, um solche Kandidaten für Hypergeschwindigkeitssterne aus ihrer Eigenbewegung und der Entfernungsmessung herauszubekommen. Das handelt sich also um Bewegungen in der Größenordnung von 1000 Kilometer pro Sekunde, während normalerweise unsere Sonne sich mit in der Unter-, oder die Sterne in der Nähe der Sonne bewegen sich mit Geschwindigkeiten von 20, 30 Kilometern pro Sekunde. Allerdings bewegt sich die Sonne mit allen Sternen zusammen in ihrem Spiralarm um das galaktische Zentrum auch schon mal mit einer Geschwindigkeit von über 200 Kilometern pro Sekunde. Die Geschwindigkeit von über 1000 oder in der Größenordnung von 1000, man kann die Grenze auch bei etwa 700 Kilometern pro Sekunde ansetzen, die ist dann eben so groß, dass solche Sterne tatsächlich nicht mehr an das Gravitationspotenzial der Milchstraße gebunden sind. Das heißt, sie fliegen heraus aus der Milchstraße, sie verlassen die Milchstraße. Für die Entstehung, warum gibt es überhaupt solche Sterne, wie können die so große Geschwindigkeiten erreichen, da gibt es ganz tolle astrophysikalische Szenarien, mit denen habe ich mich nicht beschäftigt. Ich lese die mit großem Interesse. Es gibt also dort, das eine Szenarium ist zum Beispiel, dass diese Sterne vom supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum der Galaxis herausgeschleudert werden durch eine Interaktion eines Doppelsterns mit diesem supermassereichen schwarzen Loch. Oder aber, und das ist in letzter Zeit vor allen Dingen jetzt interessant dazugekommen, ein Szenarium, bei dem es sich um weggeschleuderte weiße Zwergsterne handelt, die bei einer Supernova-Explosion in einem engen Paar von zwei weißen Zwergsternen weggeschleudert werden nach dieser Supernova-Explosion, weil sie vorher mit einer großen Geschwindigkeit, nämlich in der Größenordnung von 1000 km pro Sekunde, sich umkreisten und einer wird zerstört und dann fliegt der andere weg. Ähnlich wie es bei der Interaktion mit dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße ist. Mein spezielles Interesse ist also weniger die Astrophysik selbst, die ist faszinierend, aber mich interessieren jetzt die Zuverlässigkeit der astrometrischen Daten, in dem Fall von Gaia. Es kann nämlich sein, dass da ganz wenige Sterne nur herausgefiltert werden aus den Milliardensternen, dass das dann in Wirklichkeit eigentlich nur Ausreißer sind. Und die Messergebnisse sind tatsächlich auch so, dass die Gaia-Parallaxen in dem Fall, die Eigenbewegungen sind weniger das Problem, aber die Parallaxen scheinen nicht richtig gemessen worden zu sein, weil Gaia noch nicht genügend Zeit hatte. Gaia muss nämlich in seinen viel oftmaligen Beobachtungen jedes einzelnen Sterns dann die beiden Effekte voneinander trennen. Die parallaktische Bewegung, die durch die Erdbewegung um die Sonne hervorgerufen wird, also nicht dem Stern selber inne wohnt, aber je größer ist, desto näher er uns ist, und die Eigenbewegung des Sterns. Und diese beiden auseinanderzuhalten, das ist eben dann schwierig, wenn nicht genug Beobachtungszeit bisher verwandt wurde. Und das wird immer besser werden im Laufe der Gaia-Mission, aber im Moment gibt es da noch Probleme, und auf die möchte ich eigentlich hinweisen in meiner Publikation. Ja, ich bin nun schon relativ nah an der Rente, also ich werde nächstes Jahr 66 und gehe dann in Rente und möchte dann vor allen Dingen auch weiter mich mit widmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe jetzt schon sehr viele öffentliche Vorträge gehalten, und das werde ich auch gerne weiterhin tun, und auch historische Führung auf dem Gebiet der Sternewater-Babelsberg, werde ich gerne weiter anbieten. Woran ich aber noch arbeite, sind ein paar, ja schon vor längerer Zeit gewonnene Spektren. Spektren haben wir beobachtet um unsere Eigenbewegungskandidaten, die wir vorher aufgespürt haben anhand Eigenbewegung und Farbe, in dem Fall geht es jetzt mal um blaue Sterne, die haben wir vor vielen Jahren spektroskopiert, um sie zu klassifizieren. Die weißen Zwerge in unserer Stichprobe von einigen hundert Objekten, die haben wir schon publiziert, aber der große Teil der Stichprobe hat sich als nicht-weiße Zwerge herausgestellt, und die sind aber auch interessant, da geht es nämlich vor allen Dingen um sogenannte Sterne aus dem galaktischen Halo, die also auch relativ große Geschwindigkeiten haben, nämlich in der Größenordnung schon einigen hundert Kilometern pro Sekunde, und da möchte ich gerne in Kombination mit den neuen Gaia-Daten, die uns damals, als wir die Spektren aufgenommen haben, noch gar nicht zur Verfügung standen, diese Spektren jetzt endlich mal auswerten und auch publizieren. Das ist also noch ein Projekt, was ich auf jeden Fall noch zu Ende bringen möchte. Ja, die Karriere von heute ist natürlich mit meiner eigenen kaum zu vergleichen. Ich habe, wie gesagt, zur DDR-Zeit angefangen zu studieren und auch zu arbeiten als Wissenschaftler, aber ich sehe natürlich bei meinen Kollegen, dass es erst mal sehr schwierig ist. Man braucht also sehr viel Ausdauer, wenn man als Wissenschaftler bestehen möchte. Man muss natürlich erst mal in der Schule in der Regel gut in Mathe sein, das ist sicher hilfreich. Auch Sprachkenntnisse sind sehr hilfreich. Wir reden hier im Institut fast nur Englisch. Das heißt also, Englisch ist eine Voraussetzung auch in der Wissenschaft, kann sich in Zukunft natürlich ändern, vielleicht wird das mal chinesisch. Englisch, aber jedenfalls im Moment Englisch. Dann sollte man auch Programmiersprachen schon frühzeitig lernen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Das habe ich auch bei Schülerpraktikanten gemerkt, die teilweise von Kollegen nur aus dem Grund nicht gleich zum Schülerpraktikum angenommen wurden, weil sie eben, obwohl sie erst in der 11. Klasse waren, noch keine Programmiersprache beherrschten. Okay, das ist also tatsächlich, heute sind die Ansprüche so hoch, dass man das tatsächlich schon fordern kann. Ja, wie gesagt, die Ausdauer, Sprachkenntnisse, Programmiersprachenkenntnisse, das sind vielleicht die wichtigsten Tipps für die Karriere als Wissenschaftler. Ja, wie gesagt, die Ausdauer, Sprachkenntnisse, 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 Vielen Dank.